Hi Leute und herzlich willkommen zur siebten Folge von Project Varus 6 und bevor ich alles anfange zu erklären, steuern wir jetzt erstmal auf den Server. Viel Spaß bei der Folge! Heute wird die Folge ganz anders ablaufen, also ich kann euch schon mal verraten, dass heute eigentlich nur gefarmt wird und naja, ich habe halt dummerweise vergessen die Tonspur aufzunehmen. Eigentlich war Lekture noch mit mir im Talk und wir haben über einiges gequatscht. Zum Beispiel unter anderem, dass ich mich jetzt doch auf einen Kampf vorbereite, den ich vor der Massenaufnahme aufnehmen werde. Denn ja, es ist nun mal so, dass ich alleine bin, Solo bin und noch keinen einzigen Kampf gemacht habe und ich finde, es ist, also ich weiß nicht, ob es dann so angemessen ist, einfach bei der Massenaufnahme dabei zu sein und quasi bei den Top-Teams. Also es ist ja dann die erste Woche rum und ich würde da schon gerne einen Kill haben. Also das ist meine persönliche Meinung, dass ich gerne einen Kill hätte vor der Massenaufnahme. Und deshalb habe ich mir jemanden rausgesucht, Curse I'm Sarah, hier schon mal gesagt. Und ja, wir sind jetzt nicht auf dem gleichen PvP-Level, aber ich würde sagen, dass es mehr oder weniger die einzige, wahrscheinlich sogar in dem Projekt noch ist, wo ich eine Chance hätte. Ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ich bin kein guter Voice-Over-Redner, deshalb wende ich das Ganze hier an der Stelle. Und wenn ihr das noch weiter gucken möchtet, könnt ihr das ruhig Musik genießen. Und sonst sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.